Hallo, komisch! Das heutige Thema ist auch wieder ein Hebel, den wir sehr vielseitig benutzen können. Entweder einzeln oder in Kombination mit anderen Techniken. Und jetzt zeige ich euch das erstmal ein bisschen aus einem traditionellen Setup. Also ich bitte das zu entschuldigen, dass ich heute den Jeans vor euch stehe. Das ist einfach so eine spontane Geschichte. Wir filmen in Halbbronn immer ganz gerne ganz spontan und dann hat man halt keine Zeit fürs Umziehen. Weil sonst ist die Spontanität weg. So, also wir beginnen hier mit der Ichimonji, ergreifen wir am Izki in den Block. Ich komme hier zu meiner Position und hier. Das heißt, ich komme mit meiner rechten Hüfte zu seiner rechten Hüfte, rechte Hand, rechte Hüfte. Eins, zwei, drei. Und jetzt ist nur diese Bewegung von hier unten. Das. Ich ziehe seinen Arm, seinen Rehbogen zu mir. Das. Das ist wie Technik. Also seit hier. Eins, zwei. Das. Okay? Und hier geht er schon. Ja? Hier richtig am Hüftknochen ansetzen. Und dann zieht er hier. Macht es jetzt so. Und wenn ihr jetzt hier seid, merkt ihr, hier kommt ein gescheiter Hit. Ich sage mal, hier haben wir Probleme mit ihr zweier. Okay? Das heißt von hier aus. Eins, zwei, drei. Ja? Könnte sich zum Beispiel anbieten. Hand befreien. Kommt ihr hin. Oder ich habe einen meiner ersten Seminare, ich glaube es war 1989, bei Hatsumi Sensei so gesehen. Das heißt, ich bin hier, ich kriege ja nicht mehr Kontrolle. Aber das ist meine Absicht, zu erzielen. Nach und zurück. Und ich folge ihm. Und dadurch komme ich meinen Uniquidag hier rein. Ja? Machen wir doch jetzt kurz die bisschen Details. Also wenn ich jetzt hier blocke. Daumen, Mittelfinger wieder. Zug aufbauen. Zur Seite rausgehen. Daumen und Mittelfinger. Zug aufbauen. Tief. Okay? Hier die Hand. Fingerzeiger nach unten. Sichern. Jetzt seid ihr hier. Und wenn von hier aus noch irgendwas kommt, kann ich sofort weg. Oder ich finde hier auch schon die Glocke. Ja? Von hier aus. Das. Wenn ihr jetzt hier der Arm halt anzieht, dann zieht er halt an. Und dann kommt das Teil Jakob. Das wäre schon die nächste schöne Geschichte, wie ihr das Ding kombinieren könnt. Und wir zeigen euch hier. Das hier. Das hier kommt hier. Und dann hier. Und dann hier kommt. Okay? Okay? Oder was Konstruktives von mir aus. Gehen wir gerne drauf ein. Ansonsten lassen wir uns in Ruhe. Aber seid ihr alle lieb. Dankeschön. Tschüss. 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 Tschüss.